Hallo Freunde. Moin. Moin. Moin, Schlawiner. Hey, da bist du. Siehst du, so einfach ging das. Hm. Wie lade ich dich nochmal in Gruppe einladen? Hier. Also, Frau Kaiser hat jetzt ungefähr 45 Minuten versucht, sich einzulocken. Ich habe noch nie im Leben so beschissene Login gehabt wie hier in dem Spiel. Echt. Jedes Mal habe ich Probleme. Jedes Mal. Ja, das ist, weil man merkt sich die Abfolge nicht, wie man die Schritte, die man durchführen muss, um sich einzulocken. Ich habe mir das auch nicht gemerkt. Was? Ne, du musst dich wohl vorher auf der Seite, also das Spiel öffnen, vorher auf der Seite einloggen. Das ist aber krank. Ja, irgendwie ist schon kompliziert. Das ist nicht normal, hast du? So. Ähm. Pass mal auf. Ich melde mal gleich für so ein Ding ins Kirchen an hier. Warte mal, wie war die Tasse? Ne, I ist Inventar. Scheiße, jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wo ist der ganze Krempel, wo man sieht. Chatfenster, Kanäle. Aha. Hier. Ne, was ist das denn hier? Spielshop brauchen wir auch nicht. Herausforderungen, das ist es, ne? Hm. Ja. Baby. Fahrtlog, Questlog, Herausforderungen. Er muss mir Pipopi. Wo war denn das? Weißt du das noch? Nö, ich, sowieso nicht, also, äh. Irgendwo war so ein Ding hier, Dungeons, ah, hier hab ich Dungeons, Pipopi, yeah. Was, diese, VIP-Energie-Dinge? Ach, das war so ein Ding, das hat man auch so, so ähnlich wie jetzt im WoW, wo man dann irgendwas so vergibt, also Punkte in so einem Artefakt oder sowas, glaube ich. Mhm. Ja. Aha. Komm her. Mhm. Wie meldet man die hier nochmal an? Haha, ich weiß, wie meldet man die nochmal an hier, warte. Was, äh, was er auch nicht mehr, ne? Mhm. Jesus. Ich will schon, ob das, das war irgendwas, war hier. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ist das kompliziert hier mir jetzt? Also, das Spiel ist schön, ne? Aber so scheiß aufgebaut, das klappt. Wo ist das? ich glaube das ist nicht das was ich hier sehe wir sind aber nur die erfolge expeditionen herausforderungen sind das na ja irgendwo war doch so ein so ein tap dann irgendwie wo man reinkam wo man sich drüber anmelden konnte inhaltsfinder das war's was das inhaltsfinder war es wo ist das denn n kommt das pvp wallatiki tempel so jetzt meldi an mich anmelden nur woher nur anmelden die meldi an märkten ja wir schütteln ich nicht neben dem Prozent das expedition ab und krepp pvp annappen ja und reitig die annahme ein fertig aus der solowarteschlange ja alter schwede so schon eine stunde mit nichts vergeudet hier das gibt es ja auch ne da geht es noch nicht rein kriegsbasen hier unten gibt es quests ich weiß nicht warum wir hier sind aber irgendwas wir haben hier eine quest gemacht aber die haben wir glaube ich auch nicht zu ende gemacht irgendwas hat gefällt wenn ich mich nicht irre oh hier ist ein neuer oder wie nur in die Tiefen des Labors der Pistole die Angelegenheit so wie es nun ist die Prüfung des Dingens gegen Klaude auch noch nicht in die Morte das man hier in diesem Portal ist und wo schon nämlich die Kerstin rechts also du musst dann ja oben auf das Ding ja mache ich und immer dieses positive zustimmen ich habe hier nichts sowas doch das ist da ja ich kann die Quest nicht annehmen komm wir machen das ist ja geil rein oder wie ich weiß ja nicht ob du mit rein kannst wenn du diese Quest nicht hast oh jesus einfach mit rechts drauf klicken zum ansprechen ja ja und dann steht da sowas wie in die Tiefen des Labors und dann klickst du dann rauf ja ja und dann klickst du auch sowas wie ja mache ich also dass du die Quest an steht nicht steht wirklich nicht naja dann geht es auch nicht oh shit jetzt bin ich auch noch aufgelatscht da jetzt bin ich weg was ist das? wie irgendwo hier? so eine Getriebe muss ich hier sammeln hmm hm 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 ... ...tack... ...er hat irgendwas fallen. und wo jetzt zum Beispiel auch eine Quest, der liegt hier drum rum und in der Vergangenheit bis heute ist es dann und zählen ich werde weitermachen und dann liegt hier noch so ein Buch puh 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 geht da nur also eine Zeugrunde und Würfelfragmente was ist überhaupt irgendwas hier? ich glaube ich habe die Quest jetzt hier angenommen die vergelbt ist die grau grau wir wollen so zu viel P wir wollen so zu viel P ähm, 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 ähm kannst du das aber ernten hier? nein hier gibt es irgendwie noch mehr dieser Quest hier 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 und hier 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 Okay. Schlammiges Käferfleisch und wenn es immer wieder schon diese Dinge ich kann und er muss das Ding benutzen Oh, hier ist er wirklich Was war das denn jetzt? Mir kam was so vor, als würde er gerade ein Filmchen laufen aber ich habe da irgendwo irgendwo unterbrochen oder so Ich bin schon dabei Die Zeit arbeitet gegen dich Ich sehe irgendwie komisch aus Nur was immer Haha Aha, jetzt muss man hier landen Oh Hier ist ja noch so ein 1 Hier ist ja noch so ein 1 Hier ist ja noch so ein 1 Direkt hier Obwohl, der zeigt mir gerade diese Richtung an hier wie durch den Tunnel so Ach stimmt, das ist noch ein Punkt Ach stimmt, das ist noch ein Punkt Cool, fertig Mhm Was? Ja Fertig Jetzt weiß ich nicht, wo man zurück und zurück muss hier oder weiter da oder Die Zitierung ohne Willst du weiter gucken mit mir oder? Hm Jo Können wir jetzt hier weiter? Ja schon, oder? Na guck mal, ich muss mal nochmal was machen Bin Ach Was sind die Fakten? Was sind die Fakten? Oh ich sehe in Lauschen getretene Hm Sieht schon cool aus hier, oder? Ja Jo Ich glaube, der Punkt hat kein Regeln, ich dir höre Frisch Ich glaube, hier geht es auch nicht weiter, ich denke mal, das war das hier Wir haben hier noch eine Quest hier Die Höhle heiß machen, Quest, keine Ahnung, was ist das jetzt los? Was stand da? Was hast du gemacht? Vollendet Oh, hintergekommen welche Oh Gott Oh Gott Ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut Quest, töte Terminiten Es ruckelt und ruckelt Ja, bei mir geht's so Oh Oh Atenzione Fertig Fertig Mh Wie läuft da noch eine Zeit? Ich weiß nicht, was fertig ist Du kann auch nicht Du kannst auch nicht Du kannst nur wissen Was ist das denn? Ich benötige jemanden mit deinen... Mh Terminiert, ich schaff das Achso, man musste sich hier nur zwei Minuten lang verteidigen Jetzt ist irgendwie die Farbe anders geworden hier Da ist noch eins, müssen wir das benutzen alles? Nein Ich denke schon, dass man da draufklicken muss Aktivieren Oh! Ach da war ein Vieh drin, der ist jetzt tot Und verkohlt das Vieh Aha Ja, ich denke mal, jetzt muss man raus hier Okay Wo war das? Ja, wo ist das? Ja Okay Scheiße Wo kommt der denn? Wo kommt der denn? Ah, hier ist Ende Oder dieses Portal, das kann es natürlich sein hier Ne, ey what? Ja, so ist der Auskrank Hier, jetzt was Wo ist denn hier? Hier Da Was ist das? Ist das ein Auskrank? Ja ne? Scheiße, ich glaub... ja, doch. Ja, da ist das große Portal. Zoom! Alter, schnell raus, hier muss ich sofort wieder rankommen. Ähm. Ja. Da sind die weg hier. Boah, ja, ich müsste was wir zuletzt gemacht haben, ne? Scheiße, wo ist mein Mount? Ich hab keinen Mount mehr. Oh nein! Ich hab auch keinen. Aber wo patternt wird das nicht in der Tasche irgendwie so ein... Naja, da musstest du... ich weiß nicht, ob ich noch einen habe von diesen... Eine Schriftrolle war das, ne? Oh Gott, ist das alles kompliziert? Ne, Komplizienmitzini mit. Ähm, ich glaub, ich hab keine. Was ist das denn hier? Rezept am Feuer gerösteter Puma? Pumera. Was ist das denn hier? Ja, das ist das. Das ist das. Ich hab irgendeinen Teleporttransport benutzt. Fuck. Ich unterbreche das lieber mal. Ja, besser ist, weil ich weiß auch nicht, wo du da hinkommst. Teleportiert dich zu deinem letzten Fixpunkt. Feuerblutdorf. Auf der linken Seite unten. Ja, ich seh grad was anderes auf der Karte. Und zwar ein Ackerbauvorkommen, ein Granatapfel. Aha. Und dann sieht da so einen weißen Punkt. Ich seh auch noch eine Eins. Ja, sehe ich auch. Ist das, ähm... Wir sind bei der Eins, sozusagen. Nö. Doch. Wir sind drunter. Dreh dich mal, dann siehst du das. In der Mitte der Karte, ne? Das ist eine Eins. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ach, okay. Äh, okay. Was war das jetzt hier? Festziele gesucht, der schreckende Prinzip ausgesucht. Wo sind das? Der schreckend von Ziehverrücken. 204 Meter. Ich bin irgendwie nervter. Die Kamera verstellt sich meist immer so bei mir, dass sie auf dem Boden zeigt. Wie komisch, ne? Mhm. Ist das bei dir auch so? Nö. Na, die hier. Guck. Guck. Schreckende. Wind experience. Guck. Wasobst du jetzt ist im Groves. kp kp mannungen das ist z ein paar Kumpel zu dürfen nehmen ach so und das war die festbelohnung wir haben keine Augen geguckt dass wir uns das sehen jetzt scheiße anpacker von zieferrücken das aber besser als das was ich vorher hatte ich bin hier verloren ich weiß nicht ich finde mich hier nicht ich bin hier verloren ich war schon lange nicht hier und deswegen ist das alles alles klar johanna schwarze magie machen wir so gut was habe ich denn als nächstes ich bin hier mal